Musik Hi, ich bin Lothar Gehrendt, Produktmanager Denim bei Brax für Ladies and Men. Das Thema heißt Sustainable Denim und da geht es vor allem um Ressourcen sparen, in erster Linie um Wasser, aber auch um Energie und um Chemikalien. Der Laser ist ein Part davon. Das heißt, wir sparen bei der Produktion 60% Wasser, 50% Energie und 50% Chemikalien durch den Einsatz von Laser- und Ozonwaschmaschinen. Brax setzt diese Technologie heute schon in dem Segment Blue Planet ein. Sowohl für die Herren als auch für die Damen haben wir Kollektionsinhalte verlabelt unter Blue Planet, die wir nachhaltig produzieren und waschen. Für die Zukunft ist es mein Ziel, innerhalb der nächsten drei bis fünf Jahre alle unsere Denims, die machen 40% der Gesamtwodensglückzahl bei Brax aus, so zu veredeln, um entsprechend Wasservorräte und andere Ressourcen zu sichern. .